Hey, versetz dich mal in diese Situation. Du gehst gerade durch die Stadt mit deinem Kind, plötzlich kriegt dein Kind einen Wutanfall und fängt an, dich zu schlagen. Wie fühlst du dich in dem Moment? Was denkst du in diesem Moment? Wie reagierst du in diesem Moment? Ich glaube, mein Ansatz jetzt gleich wird dich vielleicht triggern. Könnte sein. Deshalb sage ich es einfach nur. Aber glaub mir, das ist kein Quatsch, was ich erzähle. Reagieren dann viele Eltern in dieser Situation. Die fangen sofort dem Kind an, eine Grenze zu zeigen. Hey, Power wird nicht gehauen. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Grenzen vorzuweisen. Andere Eltern versuchen, den weicheren Weg zu gehen. Das heißt, anstatt zu hauen, ein anderes Verhalten zu zeigen. Zum Beispiel, du kannst allen machen. Dann gibt es Eltern, die vielleicht sagen, das hat mir richtig weh getan. Das heißt, von den Gefühlen des Kindes abzulenken auf die eigenen Gefühle. Wie du merkst, gibt es viele verschiedene Ansätze von Eltern, die aber immer auf das Verhalten des Kindes ansetzen. Ja, wir wollen in dem Moment, wo das Kind mich gehauen hat, versuchen, ihm klarzumachen, es wird nicht gehauen. Was ist denn jetzt wichtig zu verstehen? Das erste Wichtige zu verstehen ist erstmal, wenn Kleinkinder wütend sind oder eine große, starke Emotionswelle gerade haben, dass sie gar nicht die Kognition einfach einschalten können. Das heißt, einfach zu verstehen, jetzt ist es logisch, dass ich jetzt nicht haue, weil Mama das sagt, ist unmöglich. Das heißt, für das Kind ist unmöglich, jetzt die Motorik unter Kontrolle zu kriegen, obwohl die emotionale Welt so weit am Dampfen ist. Zudem ist es bei Kleinkindern vor allem so, und das geht noch in sehr, sehr hohem Lebensalter, und viele Erwachsene kriegen das auch noch nicht mal hin später, dass sie in einem aufgebrachten Zustand nichts Neues erlernen können. Ja, die kriegen es nicht hin, diese Verknüpfungen zu schaffen. Das ist unmöglich. Das heißt, wenn mein Kind gerade einen Wudanfall hat und ich ihm versuche zu sagen, hey, stattdessen könntest du jetzt so und so handeln, du könntest dein Verhalten verändern, versuch mal diese Methode, das hilft dann runterzukommen. Wenn das Kind das nicht kennt, dann wird es in dem Moment auch nicht offen dafür sein, dass es das jetzt erlernt. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, was haben wir? Wir haben einmal, Kinder können die Kognition nicht einschalten, wenn sie wütend sind. Das heißt, die logische Schlussfolgerungen oder eine Kontrolle in dem Moment, aus der emotionalen Welt rauszugehen und etwas zu verändern, ist unmöglich. Und das Zweite ist, dass Kinder während eines Wudanfalls nichts Neues erlernen können. Ja, was machen wir dann? Welche Möglichkeiten haben wir dann überhaupt in diesem Fall, mit dem Kind umzugehen, das Kind zu begleiten oder dem Kind diese Grenzen auch vorzuzeigen? Natürlich wollen wir Eltern in unserem Kind auch liebevoll Grenzen setzen und zeigen, welche Möglichkeiten es hat, in diesen Situationen umzugehen. Deshalb gehe ich jetzt mit dir verschiedene Steps durch, wie wir in diesem Fall reagieren können. Das Erste ist, wenn du dann im Moment geschlagen wirst, halte den Raum. Ich weiß, in dem Moment ist es sehr, sehr triggernd, dass du vielleicht in dem Moment sagen möchtest, was du sagen möchtest, dass du in dem Moment etwas sagen möchtest, um etwas zu verändern. Aber glaub mir, in dem Moment vielleicht gar nichts zu sagen und diesen 90-Sekunden-Raum, über den wir später mal reden können, zu halten, hilft dir auf jeden Fall besser, dein Kind zu begleiten. Das heißt, einfach erstmal den Raum halten. Es ist natürlich etwas, woran du langfristig sehr gerne an dir arbeiten darfst, dass wenn dich Sachen triggern, wie du damit umgehen möchtest. Ja, dass du verstehst, warum werde ich getriggert? Dass die Verantwortung bei dir liegt nachher. Und dafür kannst du uns jederzeit kontaktieren. Aber grundsätzlich erstmal, wenn du noch nicht so weit bist und merkst, du wirst getriggert, halte erstmal den Raum. Guck, was dein Kind dir jetzt mit dem Hauen kommunizieren möchte. Hauen bedeutet entweder Hallo sagen oder es bedeutet aber auch, Grenzen vorzuzeigen. Hauen entsteht impulsiv. Das heißt, das Kind ist vielleicht auch in einer emotionalen Frustration und versucht gerade irgendwie alles unter einem Hut zu bekommen oder zu verstehen und kann damit nicht umgehen. Überforderung kann es sein. Schau in dem Moment, was dein Kind mit dem Hauen dir kommunizieren möchte. Es hat dir jetzt ein Signal gegeben, du darfst jetzt als erwachsene Person die Kognition einschalten und gucken, was möchte mein Kind von mir? Warum hat das gehauen? Welche Gefühlslage herrscht gerade bei meinem Kind? Und wie kann ich diese Gefühlslage jetzt gerade begleiten? Okay? Und dann bietest du deinem Kind diese Begleitung, den Raum. Und dann warten wir, bis das Kind reguliert ist. Das ist das Einzige, was wir machen können. Wir können warten, bis dieser Vulkanausschuss quasi Stück für Stück wieder sinkt, dass das Lava wieder zurück in den Vulkan sinkt und bis das Kind sich wieder entspannter fühlt, bis es sich reguliert fühlt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, an das Kind ranzukommen. Jetzt können wir sagen, Mensch, ich habe gerade richtig gesehen, dass du richtig wütend warst. Du hast mich sogar dabei gehauen und das hat mir auch tatsächlich weh gesagt. Wir können jetzt in einem konstruktiven Weg dem Kind entgegenkommen. Da könnt ihr eurem Flow entscheiden, wie ihr das machen möchtet. Und einen Weg finden, dem Kind im regulierten Zustand neue Möglichkeiten zu zeigen, wie es in solchen Situationen sich helfen kann, wie du deinem Kind in den Situationen helfen kannst. Ja, dass du sagst, hilft es dir, wenn ich dich das nächste Mal an unsere Atemübungen erinnere, was dich immer so beruhigt? Wenn dein Kind reguliert ist, dann gibt es die Möglichkeiten, neue Sachen beizubringen. Zu gucken, wie kann mein Kind in dieser Situation handeln? Was kann ich meinem Kind mitgeben, damit es bestimmte Atemtechniken macht? Und das auch stetig immer weiter am Leben zu halten. Ja, das heißt, im regulierten Zustand bringen wir unserem Kind die Sachen bei, damit es die nutzen kann, wenn es mal sehr wütend ist oder aufgebracht ist. Okay? Ich habe dazu mal einen Podcast auch mit meinem Sohn gemacht. Er hat da seine ganzen Techniken auch mitgeteilt, nur damit ihr aus Kindsperspektive die Sachen auch mal sehen könnt. Vielleicht hilft das euch weiter. Ansonsten, wenn was das sagt, Bescheid. Am Sonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!